Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Er ist Theologe, Priester und Jesuit. Viele Jahre war er der Leiter der Schweizer Jesuiten. Aktuell kümmert er sich um die Schulen und Hochschulen des selben Ordens in Zentraleuropa und er berät außerdem den Vatikan in Sachen Judentum. In der Karwoche, da kommt eine weitere Aufgabe dazu. Pater Dr. Christian Ruteshauser ist unser Fachmann fürs Tagesevangelium. Ein weiteres Mal herzlich willkommen dazu. Danke für die freundliche Begrüßung. Sie haben schon ganz viel erreicht in Ihrem Leben. Warum? Hatten Sie oder haben Sie da ein Vorbild, an dem Sie sich orientieren? Ein Vorbild kann ich irgendwie nicht sagen. Aber mich hat als junger Mann natürlich Ignatius von Loyola interessiert in seine Biografie. Und seine Biografie ist auch der Grund gewesen, warum ich dann in den Jesuitenorden eingetreten bin. Und durch die ganze Zeit hindurch jetzt des Ordenslebens, seine Figur ist für mich irgendwie faszinierend geblieben. Und ich entdecke immer wieder neue Aspekte. Ihr biblisches Vorbild ist Elia, also auch ein starker Mann Gottes. Warum Elia? Ach, das ist auch, ja, es geht auch in meine Jugendzeit zurück. Ish ha Elohim. Das ist vielleicht eines der ersten Worte in Hebräisch, die ich überhaupt gelernt habe. Gottesmann. Und das hat mich sofort so angesprochen. Irgendwie nicht soziologisch eingeordnet Priester oder Ehemann oder Prophet oder irgendwas. Sondern einfach Mann Gottes. Und das genügt eigentlich, in welcher Situation ich das dann auch tue. Und von daher denke ich immer, es soll auch wirklich Gottesfrauen geben und Gottesmänner so miteinander. Und das, ja, das gefällt mir. Also sind so die Ämter vielleicht gar nicht so wichtig, sondern dass man als Mann oder Frau Gottes durchs Leben schreitet. Genau, das ist eigentlich die Botschaft, die ich da habe. Die sind einfach sekundär. Von diesen Lichtgestalten kommen wir heute zu einem, man kann sagen, Anti-Helden, zu dem Verräter schlechthin. Im heutigen Bibeltext begegnet uns der Mann, von dem Jesus sagt, es wäre besser gewesen, er wäre nie geboren worden. Wir hören das Matthäus-Evangelium, Kapitel 26, die Verse 14 bis 25. Aus dem Matthäus-Evangelium In jener Zeit ging einer der Zwölf namens Judas Iskariot zu den Hohepriestern und sagte, Was wollt ihr mir geben, wenn ich euch Jesus ausliefere? Und sie boten ihm 30 Silberstücke. Von da an suchte er nach einer Gelegenheit, ihn auszuliefern. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote gingen die Jünger zu Jesus und fragten, Wo sollen wir das Passchamahl für dich vorbereiten? Er antwortete, Die Jünger taten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte und bereiteten das Passchamahl vor. Als es Abend wurde, begab er sich mit den Zwölf Jüngern zu Tisch. Und während sie aßen, sprach er, Amen, ich sage euch, einer von euch wird mich ausliefern. Da wurden sie sehr traurig und einer nach dem anderen fragte ihn, Bin ich es etwa, Herr? Er antwortete, Der die Hand mit mir in die Schüssel eintunkt, wird mich ausliefern. Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn sagt, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn ausgeliefert wird. Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre. Da fragte Judas, der ihn auslieferte, Bin ich es etwa, Rabbi? Jesus antwortete, Du sagst es. Das berühmte letzte Abendmahl und der Verrat durch Judas, heute aus dem Matthäus-Evangelium. Diese Szene wollen wir uns heute nochmal genauer anschauen. Warum lässt sich Jesus hier verraten, wenn er andererseits wünscht, dass derjenige, der ihn verrät, gar nicht erst geboren wäre? Hat Jesus keine andere Wahl? Ja, das ist so die große Frage der Freiheit. Warum ist Jesus eigentlich überhaupt in Jerusalem geblieben, als es so brenzlig wurde? Er hätte ja sich mit den Jüngern zurückziehen können, nicht nur über den Ölberg, sondern wieder nach Galiläa zu gehen. Er scheint also doch auch herauszufordern, die Leute in Jerusalem, die hohen Priester, die ganze Regierung da. Ich möchte mich vielleicht so ansetzen. Sie haben auch gesagt, ja, der große Verräter, Judas hat verraten. Das Wort Verrat kommt im Text aber überhaupt nicht vor. Auch Verraten nicht. Sondern im Matthäus-Evangelium wird gesagt, Judas hat ausgeliefert. Und wenn wir genauer in den Text schauen, dann sehen wir auf der einen Seite ganz starke Urteile. Es wäre besser, er wäre nicht geboren worden. Im Johannes-Evangelium heißt, der Satan geht hinein. Aber auf der anderen Seite heißt es im Matthäus-Evangelium auch, er musste so handeln. Es ist gemäß der Schrift, es ist gemäß dem Willen Gottes, es ist ihm auch irgendwie vorgegeben. Und das ist diese Ambivalenz, die in diesen Texten und auch in der Figur Judas drin ist. Das Wort Ausliefern, das wir ganz oft mit Verraten übersetzen, im griechischen Paradidonai, ist auch ganz das normale Wort zu sagen, ich übergebe etwas, einen Gegenstand von einem an eine andere Person. Oder ich überliefere eine Botschaft von einer Generation auf die andere Generation. Also Judas überliefert oder gibt an die Römer, an die Nichtjuden, das Wichtigste, was das Judentum eigentlich hat. Und das ist der Messias. Und von daher hat es eine tiefe heilsgeschichtliche Bedeutung auch, dass Judas Jesus den Nichtjuden übergibt. Ich denke, das Wichtigste, ohne dass wir hier jetzt in Details weitergehen können, ist, die Texte in ihrer Vielschichtigkeit zu lesen. Es sind wirklich Texte, die Gott offenbaren, aber auch verhüllen und die ganz verschiedene Aspekte bringen, die wir jetzt in der Passion und in der Osterzeit hören. Und für diese tiefen Dimensionen möchte ich eigentlich sensibilisieren am heutigen Tag. Es geht in dem Text auch um das Passamahl, um das Abendmahl, wie wir heute sagen, die Mahlgemeinschaft. Welche Bedeutung hat das in der Kirche heute? Ja, das Mahl ist ganz zentral. Und nicht nur das letzte Mahl Jesu, das Abschiedsmahl und Passamahl, sondern während des ganzen Lebens. Er nimmt immer wieder Leute zusammen, die Brotvermehrung, er isst mit ihnen, mit Söldnern und Sündern. Dann gibt es nicht nur das Abschiedsmahl. Am Montag haben wir gehört, es gibt sechs Tage vor der Hinrichtung noch ein anderes Mahl mit der Sünderin, wo er gesalbt wird oder mit Warta, die ihn salbt. Mahlgemeinschaften sind ganz wesentlich, auch im Judentum allgemein und Jesus nimmt das ganz besonders auf. Ich würde sagen, es sind vielleicht drei Bedeutungen. Das eine ist wirklich Gemeinschaft zu stiften. Beim Mahl, da geht man miteinander, man sitzt zusammen, man spricht, man erkennt die Bedürftigkeit. Es ist nicht nur Mahl, Nahrungsaufnahme, sondern man verbrüdert sich, man verschwestert sich, wenn man miteinander isst. Gemeinschaftsstiftung ist vielleicht ein Aspekt. Der zweite ist dann natürlich Stärkung. Der Mensch muss gestärkt werden und das Mahl ist nicht nur die körperliche Gestärkung, sondern auch immer natürlich die geistige Stärkung. Im Vaterunser bitten wir, gib uns unser tägliches Brot. Und es ist nicht nur das Irdische gemeint, sondern vor allem auch das geistliche Brot, Epiusion, wie das Wort eigentlich heißt, das Manna, das wir kriegen vom Himmel her, die geistige Nahrung, die wir brauchen. Gemeinschaft, Stärkung und dann das dritte ist vielleicht der Aspekt, der unserem Beißen immer wieder abhanden kommt. Wenn wir essen, leben wir auf Kosten von anderen. Gerade die ganze vegetarische und vegane Tradition heute versucht das wieder zu unterstreichen. Wir leben immer auf Kosten von anderen. Es ist immer ein Hingaben von unserem Leben und das Empfangen von anderen. Das ist mit dem Opfergedanken, den auch verbunden. Und so ist es eine Erinnerung an uns, dass wir uns hingeben und auf Kosten von anderen leben. Vielleicht diese drei Aspekte, die sehr wichtig sind für uns Christen und auch in der jüdischen Tradition. Gemeinschaft, Stärkung und Hingabe. Ja, daran können wir ja dann denken, wenn wir in den nächsten Tagen das Brot gemeinsam brechen oder in die Kirche gehen. Das sind die Gedanken von Pater Christian Rütteshauser heute am Mittwoch der Karwoche. Ganz herzlichen Dank dafür. Danke ebenso. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE. Vertraue und